Das Freiradio für Stuttgart präsentiert Nachtzug nach Hamburg mit Raiko Schmidt. Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Raiko Schmidt, die 1855. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht es um die Kulturhauptstadt Europas 2017. Es ist das dänische Anhus. Aarhus. Entweder schreibt man es Aarhus, also ein A mit einem Kringel obendrauf. Oder die aktuellere Schreibweise besteht aus zwei A's, also A-A-R-H-U-S, eine Stadt, ein bisschen nördlicher, allerdings nicht wirklich weit von Hamburg entfernt. Man ist in unter drei Stunden dahin gefahren. Es gibt also keinen Grund, das nicht zu tun. Und das ist mein ausdrücklicher Tipp für euch, ein Wochenende in die Kulturhauptstadt Europas zu reisen, denn es lohnt sich. Es lohnt sich der Stadt wegen. Ihr wart vielleicht noch nicht so oft in Jütland und auch nicht in der zweitgrößten Stadt Dänemarks, die Aarhus nämlich ist, nach Kopenhagen. Es hat 330.000 Einwohner, ist ein Industriezentrum, hat den größten Containerhafen von Dänemark. Und beachtlich, die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 30 Jahre. Das ist sicherlich auch der Universität in Aarhus zu verdanken. In dieser Stadt gedeiht alt und neu nebeneinander. Ihr seht super moderne Gebäude auf der einen Seite, alte Fabrikgebäude auf der anderen, aber diese alten, diese schönen Fabrikgebäude, die da also wirklich lohnenswert und besichtigenswert sind. In vielen ist heute natürlich auch was anderes drin. Das sind kleine Geschäfte drin. Die Firma Bolia, die Möbel herstellt, hat ihren Sitz in Aarhus, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber es gibt dergleichen viel mehr Beispiele. Und diese Stadt hat sich mit vielen anderen gemeinsam um die Ausrichtung der Kulturhauptstadt Europas 2017 beworben und ist 2010 dann auch festgelegt worden. Und dann hatten die Aarhuser sieben Jahre Zeit, sich auf das Mega-Event vorzubereiten. Die Kulturhauptstadt Europas startete mit einem fulminanten Umzug durch die Stadt, aber es ist nicht ein Umzug, der in normale Kategorien passte. Ihr könnt euch das in YouTube auf jeden Fall nochmal angucken. Opening Aarhus 2017 wäre also das Suchwort oder der Suchbegriff. Auch auf der Seite des Dänischen Fernsehens gibt es Videos, die diese Eröffnung zeigen. Die Königin Margarete hat dann das Jahr eröffnet. Und über das Jahr verteilt finden jetzt in dieser kleinen Metropole Aktionen statt. Installationen, Ausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum, Theatervorführungen, ganz, ganz viele Dinge. Ich will euch nur ein Beispiel aus diesem österlichen Wochenende vorstellen. Oder ich will euch ein paar mehr vorstellen, aber eins habe ich mir jetzt für den Anfang rausgegriffen. Es gab eine Wanderung zu einem Leuchtturm. Das ist das Lighthouse-Event getauft. Und Schauspieler begleiten da die Besuchergruppe und führen eben Dinge auf, die die Geschichte Dänemarks den Besuchern näher bringen. Und währenddessen werden landestypische Spezialitäten gegessen. Das kostet auch einen kleinen Eintritt, aber ein tolles Event. Und fand ein bisschen außerhalb von Aarhus statt. Aber nur ein Beispiel von vielen, vielen Dingen, die da jetzt über das Jahr stattfinden. Freunde von mir werden über Pfingsten dahin fahren. Da ist auch der Gay Pride in Aarhus. Das ist also eine große Parade. Vielleicht geht ihr mit euren Freundinnen und Freunden oder Familien auch in Deutschland raus auf die Straße, wenn Christopher Street da ist und schaut euch die bunte Parade an. Macht es doch dieses Jahr einfach mal in Aarhus. Schaut es euch da an, weil da gibt es daneben eben noch so viel mehr zu entdecken. Theater-Performances auf der ganzen Stadtfläche, auf dem gesamten Stadtgebiet und dergleichen mehr. Ich bin dann jedenfalls, nachdem ich nach Aarhus kam, direkt losgelaufen. Ich habe mich gefreut, dass alle 20 Meter in den Fußboden eingelassen Aarhus 2017 steht. Also die gesamtliche Bürgersteige waren praktisch so alle 20, 30 Meter mit besonderen Steinen verziert. Auf meinem Facebook-Profil könnt ihr euch das alles sehr gerne und ausführlich anschauen. Und der Weg führte mich zunächst in den Hafen in ein Getreidesilo. Ihr kennt ja auch aus deutschen Häfen diese Getreidesilos, in denen halt Korn aufbewahrt wird, bis es dann abgefüllt wird und weitergeht. Und eines dieser alten Silos stand leer und darin befand sich die Videoinstallation Manifesto des Berliner Künstlers Julian Rosfeld, der da an 14 großen Screens, die in diesen nackten Betonhallen von der Decke runter abgehängt waren, liefen praktisch Kurzfilme, die alle Stücke aus berühmten Werken widerspiegelten. Also da wurde entweder aus der Bibel vorgelesen, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bibel überhaupt dabei war, aber berühmte Werke, auch das Kommunistische Manifest war dabei. Und passend zu diesen Zitaten wurden kleine Stücke aufgeführt oder es sind kleine Videosequenzen zu sehen, die alle von Cate Blanchett gespielt werden. Man sieht erstmal, wie wandlungsfähig die Künstlerin da ist. Und dazu liest sie auch selbst aus den Werken jeweils vor. Eine irre Erfahrung, eine tolle Inszenierung. Es ist ja alles, was zusammenfällt. Es ist die coole Location, es ist die lässig gemachte Ausstellung, es ist der tiefe Sinn hinter dem Kunstwerk. Das alles wirkt auf einen und macht wirklich Spaß anzuschauen. Das war's für heute. Was ich an meinem zweiten Tag in Aarhus erlebt habe, kommt im nächsten Podcast. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin Mahlzeit oder guten Abend, die nachdem Wanne mich hier gerade gehört hat. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.